so hallo zusammen ich bin es mal wieder willkommen zur 65 ausgabe von tobi quasselt wenn ich mich richtig erinnere und ja diese ausgabe war etwas anders geplant sie war sehr auf die bizcon eigentlich ausgelegt aber ja in den letzten tage gibt es natürlich was zu bereden und das will ich als erstes machen damit das thema durch ist also anführlichen durch nicht weil ich darüber nicht reden möchte sondern weil es eigentlich zu intern ist und ich versuche das ebenso auszudrücken dass man nicht zu viel verrät aber es ist natürlich trotzdem wichtig weil ich halt auch dieses medium hier youtube dafür genutzt habe zb für recruitment und so weiter und so fort wie die meisten wissen habe ich ja über ein jahr lang die gilde trials geführt ich war der gildenmeister ich habe sie gegründet ich habe die gildensatzung erstellt ich habe an mindestens zwei oder drei neu aufbauten teilgenommen sie entweder komplett selbst durchgeführt oder zumindest mit daran gearbeitet aber die letzte zeit letzten tage letzten wochen haben mir gezeigt dass es nicht mehr meine gilde ist so wie ich sie mir vorstelle dass es nicht mehr die so blöd es klingt die werte sind die mehr wichtig sind und dass es in eine andere richtung gegen die mir auch nicht ganz gefallen hat es wurde einfach zu zu viel gemecker es wurde viel zu viel mit an also mit dem zeigefinger auf andere gezeigt und es war einfach nicht mehr das gefühl dass es noch meine gilde ist nun ist sie in meiner nach der besten hand die man sich vorstellen kann kai der auch den raid übernommen hatte der wird die gilde jetzt weiterführen und wer mich kennt weiß wie schwierig diese aufgabe für mich ausgefallen ist also wie hart das für mich war dieses ich verlasse meine eigene gilde meine vor über einem jahr gegründete gilde aber wer mich eben auch kennt weiß auch dass ich mir treu bleibe ich bin tobias und tobias macht das was für ihn letztlich bedeutet dass es sein seine art ist dass es sein eigen ist dass er sich da nicht reinreden lässt dass er sich natürlich andere meinungen anhört aber letztlich muss ich mir selbst in spiegel gucken können und für mich ist einfach wichtig dass ich genau das mache wofür ich selbst immer gestanden habe nämlich für offenheit für ehrlichkeit und letztlich eben auch wenn es mal nicht so einfach ist solche entscheidungen zu treffen dass man eben auch schwierige entscheidungen trifft das habe ich damals im fall direkt gemacht da will ich jetzt nicht auch noch darauf eingehen aber da habe ich auf jeden fall entscheidung getroffen die sehr sehr hart war die so im nachhinein vielleicht auch für alle beteiligten nicht das beste war aber sie war nun mal damals sie war damals notwendig und ich habe sie getroffen und ich habe diese entscheidung in jetzt anderer form eben hier auch getroffen ich wünsche meine alten gilde ist allerbeste und vor allem hoffe ich das könnt ihr dann auch in diesem text nachlesen den ich verfasst habe den werde ich natürlich unter das youtube video packen ich wünsche der meine alten gilde dass sie verstehen was trials ausgemacht hat und dass sie da wir ein bisschen zurückkommen wenn sie das glaube ich nicht verstehen sehe ich da ist er ziemlich schwarz ähm ja alles andere könnt ihr den text nachlesen ich habe ihn extra ein bisschen kryptisch geschrieben weil er ja auch nicht zu intern sein darf das ist doch überhaupt nicht meine absicht auf deren seite ich habe nicht nur youtube ich habe twitch ich habe meinen blog ich habe äh jegliche plattform wie wäre progress radio wir haben alles dafür benutzt wir für absolute offenheit ehrlich ehrlich ehrlichkeit wenn man so will auch in den recruitment gesprächen und letztlich und das muss man halt einfach so knallert sagen ähm haben wir diese offenheit und diese transparenz auch immer gepflegt und von daher warum sollte ich das jetzt anders machen ich gebe ja keine interner preis ich sage nur das könnt ihr noch mal im text nachlesen dass das die gründe sind warum ich diese entscheidung gefällt habe ob der ein oder andere die jetzt verstehen wird oder kann ist was anderes das da gehe ich auch überhaupt nicht von aus ich gehe ja nicht davon aus dass jetzt alle leute sagen otto wir verstehen ich und keine ahnung nur das beste für dich nee die meisten werden mit abneigung oder mit missverständnis oder womit auch immer reagieren oder einfach mit ignorieren auch das risiko gehe ich ein es gehört manche einfach dazu nicht nur im spiel sondern auch im echten leben dass man entscheidungen fällt die einen wirklich selbst mitnehmen die einen aber in dem stärken was man selbst ist und diese entscheidung habe ich schon des öfteren gefällt auch im echten leben und ich bin bis jetzt damit immer gut gefahren ich bin mir immer selbst treu geblieben und ich werde das auch weiterhin machen ob das jetzt für jeden sofort verständlich ist oder nicht aber wer mich kennt wer mich weiß wie ich diese gilde über über ein jahr lang seit das war das 18 oktober 2017 geführt habe wer mich schon länger kennt und weiß wie ich andere gilden geführt habe oder zumindest teil der leitung war der weiß ganz genau wie sehr mir das wichtig ist aber wie sehr mir auch die aspekte abseits vom raiden und so weiter und vor allem das zwischenmenschliche wie sehr mich das ausmacht oder wie sehr ich hier einen aspekt sehe der der eigentlich so die basis für alles darstellt wenn ich das gefühl habe das habe ich auch schon vor ein paar monaten gesagt damals noch unter der ex noch in der führung wenn ich das gefühl habe das ist nicht mehr meine gilde wenn ich das gefühl habe das geht in eine andere richtung damit kann ich stand jetzt nichts mehr mit anfangen oder das ist auf jeden fall nicht mehr das was ich haben wollte und was ich aufgebaut habe dann finde ich ist es zeit dass jemand anderes übernimmt um vielleicht hier noch andere andere zielsetzungen andere art vielleicht irgendwie mit reinzubringen ähm ja und genau das hoffe ich für die gilde falls nicht glaube ich wird es schwierig aber ja also ich werde auch weiterhin das habe ich auch schon kai gesagt ich werde auch weiterhin versuchen sie so gut wie möglich zu unterstützen wenn sie meine hilfe brauchen keine ahnung weil wir progress gab noch ein bisschen über mich läuft das ist ein bisschen nervig das alles einzustellen ich glaube als gilden meister kann man sich dazu einloggen aber es ist ja auch keine große sache wenn es heißt so tobi kannst du mal bitte einstellen nach dem motto wir suchen gerade das und das dann mache ich das wenn kai sonst meine hilfe braucht oder einen ratschlag oder so da bin ich ja weiterhin dafür da ich verlasse nicht meine gilde weil ich weil ich sie hasse oder was auch immer sondern ich verlasse die gilde weil ich für mich schon vor vielen vielen wochen entschieden habe okay so viele wochen waren es jetzt nicht aber auch schon vor einiger zeit entschieden habe dass ich in einem kompletten neu auf bei einem wieder wieder stattfindenden neu aufbau einfach nicht beteiligt sein möchte weil ich weil ich auch der meinung bin dass es irgendwann auch mal neue leute braucht die sich natürlich diese aufgabe auch annehmen auf der anderen seite braucht man aber auch spieler die das verstehen und die das nachvollziehen können und die diese person die diese aufgabe übernimmt auch darin stärken das ist nun mal die andere seite der medaille die absolut notwendig erscheint aber okay so viel dazu der rest steht noch mal ein bisschen kryptisch im text das thema ist für mich jetzt zumindest auf youtube und so auch beendet ich wüsste jetzt nicht dann noch mal groß drüber sprechen zu müssen mir ist nur wichtig dass diese transparenz die ich über ja über ja kann man schon fast sagen jahre ja eigentlich schon weil ich da damals zu ammantarium als ammantarium kaputt gegangen ist nicht und ich den rate beendet habe da habe ich auch ein video aufgenommen irgendwie danke ammantarium oder irgendwie so und da habe ich das also auch auf youtube gemacht von daher ist mir dieses medium und diese diese art der 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 wortwahl innerhalb des wie dieses mediums ist mir eben wichtig und von daher habe ich das eben jetzt auch hier versucht durchzuführen ich hoffe nicht dass es einfach ein rest in peace video hier wird weil ich glaube dass die gilde weiterhin bestehen kann auch der raid ich glaube trotzdem dass es wichtige notwendige und vielleicht sogar unausweichliche veränderungen braucht und dass jeder innerhalb der gilde darüber nachdenken sollte ob das was gerade die letzten wochen passiert ist gar nicht so vom progress charakter her sondern eher was zwischenmenschlich und auch von der art und weise passiert ist ob das gerade noch das richtige für trials ist aber gut so viel dazu ähm der nächste aspekt worüber ich sprechen möchte ist jetzt abseits von von ähm meiner gilde aber nicht abseits von wo w sondern blizzcon das heißt vielen dank dafür dass ihr euch vielleicht das jetzt hier angehört habt ich hoffe ihr hört euch auch den nächsten teil an und zwar möchte ich mit euch jetzt über die blizzcon sprechen ja die blizzcon was hatte ich für erwartungen wie hatte ich mich darauf gefreut ich hatte mir schon ausgemalt was kann ich da alles zu machen wenn sie diablo 4 ankündigen videos dann wie hier podcast ähm texte ohne ende es ist so viel möglich streams wo man q&as machen kann oder wo man mit leuten irgendwie so keine ahnung man spielt diablo und ähm diablo 3 und dann holt man irgendwie einen aufs ts oder aufs discord und ähm fragt ihn einfach mal was glaubst du denn wie wird denn diablo 4 aussehen naja das ganze war eben nur ein problem oder es stellt nur ein problem dar und das problem ist eben es muss erstmal diablo 4 angekündigt werden und wir wissen jetzt leider dass es eben nicht der fall ist wir wissen dass diablo 4 sehr wahrscheinlich in der production gerade sich befindet sie arbeiten dran aber es ist halt noch viel zu früh und man kann sagen das konnte man von vornherein eigentlich erwarten man kann aber auch sagen man erwartet sowas eben nicht oder man konnte es nicht erwarten und der morris weber von gamestar hat ein sehr gutes video dazu aufgenommen nicht jedes gamestar video finde ich gut ich hatte ein video was mir gar nicht gefallen hat was ich zu zu pauschalistisch schon fast zu polarisierend fand ähm aber das video hat mir gut gefallen denn er sagt eben auch ja blizzard ihr schürt den hype ihr lässt uns mitteilen so nach dem motto ende des jahres äh kommt es zu der ankündigung von mehreren diablo projekten naja es ist doch klar was die spieler haben wollen und woran sie glauben es soll es auch anders sein natürlich diablo 4 was auch immer ich mein was will man im diablo universum ankündigen was noch krasser als ein diablo 4 announcement sein soll nämlich gar nichts richtig und diesen schuh muss sich blizzard letztlich anziehen und sie müssen auch damit rechnen dass sie vielleicht gut nicht auf der blizzcon das nicht also da sind wirklich leute ich würde auch gerne mal sein auf der blizzcon definitiv das ist schon so ein kleiner traum von mir ähm aber sie dürfen eins nicht vergessen ähm nicht jeder man sieht jetzt auch die letzten wochen und monate schon im internet in sozialen medien in foren nicht jeder ist immer damit einverstanden wie blizzard halt vorgeht sowohl was die die spielentwicklung anbelangt als auch was das wie soll man es sagen die pr anbelangt das wie man das nach außen weiterbringt oder weiter trägt also sprich wie man wie man informationen an die spielerschaft bringt und ähm ich persönlich war davon überzeugt dass diablo 4 dieses jahr angekündigt wird ich war es wirklich weil ich gedacht habe sie arbeiten da mindestens seit 2015 oder seit spätestens spätestens seit 2016 arbeiten sie daran sie werden schon was haben was man irgendwie präsentieren kann auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauern wird ähm ich bleib da auch weiterhin dass sie ich bleib dabei dass sie weiterhin ähm viel wahrscheinlich schon viel daran getan haben aber es kann halt sein wenn dass es ein bisschen ist wie bei overwatch dass sie einfach während der entwicklung während der der überlegung story was für aspekte soll es geben was für features und so weiter dazu hatte ich ja ein ähm ein video aufgenommen vor ein paar tagen was falls ihr das noch nicht gesehen habt oder gehört habt ähm hört euch das bitte an ich finde das ist sehr sehr gut geworden es geht einfach darum wie stelle ich oder wie würde ich mir am liebsten diablo 4 vorstellen naja und von daher ähm glaube ich dass sie vielleicht in diesem prozess vielleicht in der in der allgemeinen überlegung als auch in der schon weiteren produktion dass sie da vielleicht einfach auch so ein bisschen ins stocken geraten sind oder dass sie einfach nicht zufrieden mit dem stand sind man darf nicht vergessen sie haben overwatch nur rausgebracht weil viele charaktere von overwatch waren vorher teil des projektes was den arbeitstitel zeiten hatte was ja ein mmo werden sollte was das zweite mmo neben also ob es ein mmo rpg werden sollte weiß man nicht genau vielleicht schon ähm auf aber ich glaube eher ein mmo auf jeden fall haben sie dieses projekt obwohl das wirklich verdammt viel zeit ich glaube es war schon in drei jahren der entwicklung und so es war auf jeden fall lange und es viel zeit und viel geld reingeflossen sie haben es trotzdem eingeschafft sie haben gesagt das ist nicht das was wir haben wollen wir sind damit unzufrieden das was teilen letztlich ähm werden sollte ist bis heute nicht komplett klar das werden sie wahrscheinlich auch niemals sagen stand jetzt ist auf jeden fall daraus aber zu teilen eben das projekt overwatch geworden und ich kann mir halt gut vorstellen dass sie es ähnlich wie bei ähm overwatch gemacht haben oder vielleicht sogar auch stand jetzt machen dass sie einfach mit dem was sie präsentieren wollten und vielleicht wollten sie es auch dieses jahr präsentieren dass sie einfach gemerkt haben okay nein das ist nicht das was wir uns vorgestellt haben wir sind hier gerade nicht in dem ähm rahmen den wir uns persönlich gesteckt haben und dann sagen wir jetzt erstmal announcement dieses jahr nicht dann ist natürlich die frage wann weil wenn sie es nächstes jahr machen wollen dann würden sie diablo 4 zusammen mit ähm zusammen mit ähm dem neuen wow addon ankündigen und das kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen auf deiner seite wird hundertprozentig nächstes jahr das neue wow addon angekündigt das geht ja auch nicht anders es sei denn es würde auf der gamescom angekündigt und dann wäre die blizzcon halt für diablo 4 frei vielleicht das also wird man jetzt sehen auf jeden fall ist es so gekommen dass es zum text kam und der hat ganz einfach ausgedrückt ich glaube es war eine bestätigung oder ist eine bestätigung dass die an diablo 4 arbeiten aber es ist eben auch der hinweis Leute diablo 4 wird dieses jahr auf der blizzcon nicht angekündigt und das war für mich natürlich voll der downer weil so nach dem motto okay also du hast dich jetzt wirklich auf die blizzcon gefreut was kannst du denn jetzt von dieser blizzcon noch erwarten du wolltest doch noch eine coverage machen wie jedes jahr du hast extra wieder das virtual ticket gekauft auch wenn erst vorgestern ja vorgestern habe ich das erst gemacht ähm und von daher irgendwas willst du ja wieder haben worüber du berichten kannst oder worüber du sprechen möchtest und streams machen möchtest und so weiter naja die frage ist jetzt halt im diablo-universum was kann da jetzt kommen es kann kommen sowas wie ein zweites expansion pack bedeutet also sowas wie ähm der necromancer vielleicht hier als form des druids also sprich der druide der eben eingeführt wird und vielleicht zusätzlich dazu dass sie aber also das müsste dann halt ja eigentlich abseits von diesem expansion pack sein dass sie halt ein paar neue zonen und paar neue monster oder so einfügen das heißt das müsste eigentlich eher in ein kleines in Richtung kleines addon gehen aber ein diablo 3 addon wenn man davon ausgeht wenn man wirklich davon ausgeht wenn man wirklich davon ausgeht dass diablo 4 aller spätestens in zwei jahren auf der blizzcon angekündigt wird aller 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 spätestens vielleicht sogar nächstes jahr warum sollte blizzard wirklich jetzt mal eine ganz ernst gemeinte frage warum sollten sie jetzt an einem großen diablo 3 addon so wie es äh reaper of souls ist warum sollten sie daran arbeiten ich sehe da echt überhaupt keinen keine realistische chance für so traurig ist wie ich anhören mag aber für ein echtes addon dass man levelt dass man neue items bekommt dass man neue zonen hat dass man neue story aspekte hat und so weiter und so fort sehe ich absolut keine chance von daher für mich kommt nur eins in Frage im Hinblick auf diablo 3 vielleicht ein paar pet also ein größerer patch den sie ankündigen das jetzt kein komplettes addon ist aber dass sie auf jeden fall mal irgendwas ändern dass sie vielleicht ein paar kleine zonen hinzufügen dass sie ein paar monster hinzufügen und dass sie vielleicht davon zusätzlich für leute die es wollen noch ein expansion pack ankündigen mit dem druid und das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht wenn sie etwas machen würden was dem spiel an sich was bringen würde aber also wirklich eine erweiterung ein addon wird es nicht geben 100%ig also davon bin ich überzeugt auf der Seite war ich auch zu 100% davon überzeugt dass sie diablo 4 ankündigen von daher kann man in dem Fall auch sagen ja Tobi du hast vorher das gesagt warum soll das jetzt anders kommen so es kann doch sein dass es so kommt ja es kann sein ich glaube es aber nicht weil das würde bedeuten dass sie an diablo 4 halt noch so viel arbeiten müssen dass sie einfach das lange noch nicht ankündigen können das persönlich kann ich mir aber wirklich nicht vorstellen also ich glaube 2 Jahre ist definitiv noch zu lange ich könnte mir wirklich vorstellen dass sie es im nächsten Jahr schaffen dass sie halt dann sagen irgendwie dass wir addon dann auf der gamescom aber auch das ist natürlich eher spekulation als sonst was hm ok und was ist denn sonst noch im diablo-universum so möglich naja das was halt viele sagen oder nicht ein hd remake von diablo 2 mhm würde ich das cool finden hm also sagen wir mal so es ist definitiv interessant wenn sie es hinbekommen ist ins battle net 1 zu integrieren wovon ich ja ausgehe weil heutzutage geht nichts ohne das battle net ähm trotzdem bin ich aber auch der meinung dass es halt so ein spiel ist das war damals wirklich was besonderes ich hab da ja auch in dem diablo video ein bisschen was zu meiner diablo vergangenheit wenn man das so ansprechen möchte gesagt ähm also ich glaube es ist so ein spiel was man ganz mal ganz gerne mal spielen würde was mich persönlich aber auch nicht so lange fesseln würde also ich bin da relativ von überzeugt dass es nicht so die strahlkraft hätte für mich persönlich ähm aber gut das muss ja nichts heißen wenn man ehrlich ist ähm darüber hinaus kann ich mir ACERT nicht viel vorstellen was sie sonst ankündigen also ich glaube sie werden zu diablo 3 ein expansion pack ankündigen und sie werden ähm vielleicht für alle die das also die dieses expansion pack sich nicht kaufen wollen werden sie vielleicht ein paar änderungen für diablo 3 an sich ankündigen und ja und dann vielleicht noch ein hd remake von diablo 2 und vielleicht werden sie ein teaser oder ein teaser trailer eben zu ein trailer kann ich mir noch nicht vorstellen ich glaube das ist noch zu früh aber zumindest ein teaser zu dieser ähm diablo zeichentrick beziehungsweise so anime serie äh die für netflix geplant ist vielleicht werden sie da was zeigen ich glaube das sind ungefähr so die projekte die sie meinten und natürlich werden sie halt auch weiterhin werbung jetzt für die switch machen für die diablo switch version denn das spiel diablo 3 auf der switch kommt ja genau eben morgen raus ja also es wird am 2 november glaube ich verliest von daher werden sie natürlich da auch werbung für machen denn es wird ja auch noch vielleicht klar es wird genug leute geben die davon wissen aber wenn du halt auf gerade auf dem discon bist und sowieso schon einen gewissen aufwand irgendwie ähm hinter dir hast dann wird es bestimmt auch so kommen dass sie versuchen so ein bisschen promotion noch für ähm diablo 3 auf der switch zu bringen es gibt ja auch jetzt schon seit einigen wochen auf twitter und auf der diablo seite irgendwie ähm dieses dieses ähm ja was ist das so ein kleines spielchen da geht es darum dass man hinweise findet also to find clues heißt es glaube ich und diese hinweise die sollen glaube ich ähm letztlich bei dem gewinnspiel eben helfen dass man diablo wo items also gegenstände aus dem diablo universum auch im echten leben irgendwie gewinnen kann so so habe ich das verstanden aber ich glaube da sind nur amerikaner kanadier sind glaube ich daran beteiligt aber keine europäer so naja gut also ich glaube das war es halt zu diablo wir haben glaube ich alle mehr erwartet und ich hoffe einfach nicht dass wir komplett enttäuscht werden wenn es jetzt noch nicht mal ein hd2 also hd remake von diablo 2 geben würde wenn es kein expansion pack für diablo 3 geben würde also dann weiß ich nicht wenn es wirklich nur ist hier switch und vielleicht einen kleinen teaser trailer für für ähm diese netflix serie kann ich mir das erst nicht vorstellen warum vor allem warum sollten sie das machen der der panel kommt halt direkt nach der opening ceremony und es war immer so dass nach der opening ceremony der panel der dann kommt ist immer was großes gewesen wir werden es sehen aber ich glaube nicht dass es einige meinen ja auch so oder habe ich auch auf youtube gelesen ja und vielleicht ist es ja doch so sie schreiben es extra um dann die überraschung umso größer raus zu hauen ich kann mir das nicht vorstellen also der text war wirklich so um die um die erwartung so ein bisschen zu hemmen damit die spieler nicht zu groß enttäuscht sind weil ich glaube hätten sie das nicht gemacht hätte es glaube ich das erste mal berufe innerhalb oder auf der blizzcon gegeben weil ich glaube das hätten viele spieler wirklich dann nur noch extrem hart ertragen das hätte ihnen glaube ich gar nicht mehr gefallen war gut aber blizzcon ist ja ein bisschen mehr als das wir haben ja nicht nur das diablo franchise sondern wir haben ja auch das warcraft franchise wir haben also auch noch wo w und wir haben battle for azeros und jetzt kommen wir mal zu dem aspekt zu dem punkt den ja den wir schon lange auf der liste eigentlich haben nämlich die unzufriedenheit der spieler mit battle for azeros ich habe da leider noch nie ein video zu gemacht weil ich bei mir auch zu dumm war das immer wieder so anzusprechen ganz kurz gesagt ich persönlich habe innerhalb des spiels also innerhalb meines bekannten kreises in anführlichen also innerhalb der meiner battle net freunde und so innerhalb der gilde aber natürlich auch innerhalb von foren und auch auf twitter und auf youtube und in den dem allgemeinen forum und auf teilweise auch reddit post die verlinkt wurden und so also ich habe mitbekommen dass ganz viele spieler sehr unzufrieden mit diesem addon sind und die wichtigsten aspekte die angesprochen werden die wichtigsten kritikpunkte sind halt zum einen das azurite armor system also sprich die azurit rüstung ähm und dann natürlich sowas wie die island expeditions dass die völlig sinnlos eigentlich sind dann sowas wie die warfronts dass die auch völlig ja eigentlich ohne sinn und verstand sind also dass man da wirklich nicht wirklich viel von hat ja und dann eben noch einige andere aspekte aber das ist ungefähr so dass irgendwie azurite armor das ist nichts teilweise zu verbuggt zu viel rausgekommen ähm nicht so im wirklichen ähm genauen ablauf also es ist alles nicht so richtig geplant auch von der story ist es so ein bisschen ähm komisch wir haben so lange jetzt irgendwie mit Lady Ashara und so ne mit wollte ich nicht sagen wir hatten so viel jetzt mit mit ähm sylvanas zu tun und mit andu mit dem krieg und im moment die letzte zeit war es so dass wir eigentlich nur auf kultiras oder eben auf sandala waren und ja viele sind einfach sehr sehr unzufrieden damit und viele das höre ich immer wieder die sagen ja das war in legion alles so viel besser und das persönlich sehe ich überhaupt nicht so nicht einmal im ansatz ich sag euch warum als legion raus kam das heißt bei dem stand wo wir jetzt sind nämlich anfang von legion war es ganz einfach so ähm dass meiner meinung nach das spiel also das addon legion nicht besser war als bfa im moment und warum naja der raid an sich emerald nightmare war definitiv nicht besser das legendary system war teilweise so krass ausge ja aufgebaut dass es klassen gab die wenn sie dieses eine legendary nicht hatten wirklich so viel weniger damage gemacht haben ich weiß noch einige streams damals von ähm also nicht von irgendeinem sondern von einem der bekanntesten eulenspieler der welt nämlich von nex von aversion der damals gesagt hat wenn er dieses ich glaube das war das kopfteil wenn er das nicht hätte als druide als eule dann würde er glaube ich bis zu 80 bis 100.000 dps weniger machen und das war zu der zeit verdammt 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 viel das heißt es gab viele die sich darüber beschwert haben wie was für einen wichtigen stellenwert diese legendaries eben einnehmen ja sie waren mit anderen ähm anderen ideen von legion eben begeistert wie unter anderem unter anderem eben die artefakt waffe also diese ganze die ganze idee dass du eben deine artefakt waffe ich hasse dieses wort artefakt waffe die artefakt weapon dass du die eben ähm besorgen musst dass du dann erstmal die story erleben musst und so weiter und so fort aber und direkt in dem moment als man das angesprochen hat kam aber direkt dann der hinweis ja aber ich habe auch gar keinen bock auf dieses ap grinden denn damals zu legion anfang legion war ap grind nämlich dass man ein dungeon immer wieder und immer wieder abfarmt so dadurch ist man zum großteil an artefakt power gekommen ich habe viel eben world quests gemacht so wie ich es jetzt auch in metal for azeros mache ich fahr damit auch ganz gut ich bin jetzt fast level 30 bei der halskette das kann nicht jeder von sich sagen klar es gibt welche die sind äh genau so weit oder die sind weiter aber es gibt auch viele die eben nicht so weit von daher ähm ich fahr da eigentlich ganz gut so in letzter zeit mit seitdem ich mich da wieder reinhänge ähm trotzdem so war es eben du hast eben die ganze zeit nur einen dungeon gemacht ähm nämlich wie hieß er denn weiß gar nicht mehr ähm aber ihr wisst halt welchen dungeon ich meine der hier mit ähm mit dem ähm schiff mit hellja ähm und das war es halt so und das heißt das was eigentlich cool war diese artefakt power und dass man die möglichkeit hat überall artefakt macht anzusammeln und dass man dann irgendwie seine waffe damit verstärken kann und dass man dann die trades also die die talent innerhalb der waffe freischalten auch das wurde zwar an sich gemocht aber auch stark kritisiert von daher ist es halt vergleichbar mit dem aktuellen stand nur das ding ist und da finde ich sind sich viele spiele einfach die sind nicht ehrlich genug mit der zeit ist die schon halt immer besser geworden nur warum soll man die schon ende oder mitte des addons sagen wir mal zu night hole two monster garrows oder von mir ist auch enteros zeiten mit dem ersten raid content noch nicht mal noch nicht mal patch 8.1 ist draußen warum soll man das damit vergleichen das ist einfach unfair meiner meinung nach und dem red nightmare war als raid definitiv nicht so gut wie uldi ist ein sehr sehr gut getunter ähm auch von den boss mechaniken her echt interessanter raid vielleicht ist ein plus nicht so toll wie in legion auch das kritisieren ja viele ähm weiß ich nicht ich habe jetzt nicht so viel ein plus gemacht hin und wieder mal aber also ich habe auf jeden fall nicht die lust an battle for azeros verloren was ich allerdings sagen muss ist dass mir jetzt ganz wichtig ist dass blizzard versteht dass die schnell wieder zurück kommen müssen und zwar auf die wichtigsten hype momente wenn man so will kurz vor battle for azeros und die beziehen sich bei vielen spielern vor allem auf sowas wie ja sowas wie die ähm verbündeten völker also die allied races sowas wie auf die heritage armor und natürlich auf die story denn seitdem seitdem das addon raus ist und der kritikpunkt finde ich der der greift hier auf jeden fall dümpeln wir hier so ein bisschen vor sich uns hin das heißt wir sind hier als hortler da gerade irgendwie mit unserem kram beschäftigt und die allianz genauso und naja für world quest oder so ähm verlassen wir vielleicht mal unsere unsere pfade und begeben sie begeben uns halt auf den anderen kontinent eben durch die die hauptgeschichte also durch die kriegskampagne es wird aber definitiv zeit für 8.1 es wird zeit dafür dass wir verstehen als spieler naja warum warum ist denn dieser kriegszustand gerade gefährlich und ähm was hat das mit lady ashara zu tun was hat das mit ensos zu tun was hat das mit diesen harbringers videos zu tun und ich glaube genau diesen aspekt den muss blizzard jetzt eben leisten das heißt wir wissen jetzt schon vieles äh moment achso ja wir wissen jetzt schon vieles über 8.1 wir haben entweder uns das schon angeguckt also ich wollte ja gleich eh noch mir ein ptr noch ein bisschen anschauen paar videos heute machen ähm aufnehmen aber das wissen wir halt wir zum großteil wir wissen halt wie 8.1 abläuft wir wissen was wir mit 8.1 vorhaben wir wissen auch so ein bisschen schon was für eine story richtung das ganze geht von daher ist die blizzcon deswegen so wichtig dass die spieler die sehr kritisch sind verstehen dass eben battle for azeroth sich in einem entwicklungszustand befindet und nur weil wir im moment also wir in anfangs verstrichen gerade unzufrieden sind mit dem aktuellen status dass das nicht heißt dass dies auf lange sicht so bleiben muss und genau jetzt kommt die blizzcon ins spiel denn blizzard muss nicht nur zeigen dass sie von den mechaniken her also von den von den features von battle for azeroth dass sie da was zu gelernt haben ja also deswegen gibt es hier auch neue azurite trades ähm in 8.1 ähm die island expeditions werden überarbeitet es gibt neue azurite ähm es gibt neue island expeditions wollte ich sagen es ähm gibt eine neue warfront in 8.1 die kriegskampagne wird weitergeführt auch das was mit volgen ist ähm ja wird in dem Sinne ähm in eine neue richtung gebracht aber das kennen wir halt alles und die leute die schon am ptr waren die die für die ist das jetzt eben auch nicht so viel neues von daher ist es ganz wichtig dass blizzard jetzt schon bestätigt hat dass das was man auf der blizzcon dazu hören wird alles jenseits von 8.1 sein wird und ich gehe davon aus dass wir also jetzt richtung ähm lady ashara kommen werden dass wir richtung ansos kommen werden und ich hatte ja eigentlich überlegt dass ähm der nächste raid also der 8.2 raid dass der lady ashara beinhalten wird ich glaube das irgendwie nicht mehr ich bin da nicht mehr von überzeugt ich glaube dass blizzard ähnlich wie ein bisschen wie in wards of draenor gemerkt hat dass lady ashara vielleicht einfach ein zu großer charakter ist dass man die erstens nicht so einfach töten kann und wird und zweitens dass sie vielleicht eher den die rolle eines endbosses einnehmen wird als eines zwischenschrittes sie hatten ja damals auf der blizzcon 2017 gesagt bei der ankündigung ähm nicht bei der ankündigung an sich sondern bei der zweiten ankündigung weil die haupt ankündigung zu battle for azora kam ja moment jetzt muss ich überlegen ah ne das war legion ne ne stimmt battle for azora wurde ja eben auf der blizzcon ankündigt genau ähm da hatten sie ja gesagt ähm seit dem motto dass wir lady ashara ähm schon bald zu sehen bekommen werden und dass sie so ein bisschen die rolle von guldan einnehmen wird und da haben ja die meisten dann gedacht okay gut ähm guldan bedeutet also ja sie wird ähnlich wie in night hold wird sie dann endboss des zweiten ray tears eben darstellen was ist denn wenn blizzard das komplett anders gemeint hat dass guldan war ja zu dem zeitpunkt schon schon lange eingeführt worden denn guldan war ja aus der damaligen ähm zeitlinie von draenor eben geflohen in unsere zeitlinie rein das heißt wenn wir night hold als wir night hold betreten haben wussten wir alles über guldans geschichte wir wussten also dass der irgendwie geflohen ist und dass ähm archimont ihn damals irgendwie ähm mit dem auftrag illidan zu finden oder ja für die zwecke halt so ähm zu instrumentalisieren dass er ihn deswegen halt in unsere zeitlinie geschickt hat und was ist wenn lady ashara so früh noch gar nicht erscheinen wird oder wenn vielleicht immer nur so im hintergrund ich glaube dass 8.2 auch wenn wir es nicht hören möchten lady ashara vielleicht nur am rande beinhalten wird aber nicht als end boss und nicht als bekämpfbarer boss in der art und weise also ich glaube es nicht ich glaube dass sie es ähnlich machen wäre wie mit 8.3 also mit 7.3 damals man muss ja immer sagen der patch an sich heißt zb 8.1 der raid der dann kommen wird wird wahrscheinlich 8.15 heißen bedeutet also immer dann wenn man von den raids an sich spricht meint man mit 8.2 meint man nicht 8.2 sondern 8.2.5 wenn man 8.3 anspricht meint man 8.3.5 also immer diese .5 diese zwischen schritte das sind die raids und das davor diese diese ja dieses 8.2 8.3 das ist in dem sinne die vorbereitung darauf das heißt das ist die story die damit zusammenhängt das sind die gebiete die damit zusammenhängen das ist sind die features die damit zusammenhängen ähnlich wie es jetzt in torres war argus an sich war 7.3 7.3.5 war dann eben der raid und jetzt richtig in erinnerung habe ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher aber ich meine es wäre so gewesen und dies glaube ich eben auch für für 8.2.5 ich glaube der nächste raid wird zwar in richtung naga gehen und vielleicht auch wieder alte götter so vermehrt ich glaube aber nicht dass man lady ashara wirklich zu kämpfen bekommt also ich würde es eher ausschließen was ich glaube ist dass 8.2 und auch die 8.2.5 raid nicht das ende von ähm battle for azeroth einleiten werden ich glaube sie wollen es wirklich so machen wie in legion dass sie wirklich meinen 8.3.5 wird der letzte raid content sein ich glaube dieser wird entweder in nasiatar stattfinden aber noch viel cooler und da kann ich nur ich vielleicht verlinke ich es nochmal ein überragendes video von taliesin und avatel das ist leider auf englisch ähm aber ich meine die meisten werden es hoffentlich verstehen ähm kann ich dann nur empfehlen wo er also der taliesin so ein bisschen gemutmaßt hat was kann denn alles kommen und dieses video hat mich so gehypt das habe ich direkt auch verlinkt ähm weil ich der meinung bin dass es so viel potenzial mit sich bringt einfach gesagt er glaubt dass zum beispiel wir irgendwann noch in diesem addon sowas wie Nihalossa also sprich das ja also ähm frühere überbleibsel des dark empire des darken also des dark des dunklen imperiums ähm da müsst ihr euch mal falls ihr es gar nicht wisst ein bisschen drüber ähm schlau machen das geht zurück in die wirklich anfänge ähm des planeten nämlich das dunkle imperium bedeutet eben das waren die alten götter die eben von den dark äh von den void lords also von den leeren fürsten geschickt worden sind um eben die planeten ähm in unserem universum zu korrumpieren damit daraus dann irgendwann ein dark titan also ein dunkler titan wird und ähm ähm das wiederum ähm gab dann so mit die ersten wirklichen kriege innerhalb oder auf azeros ähm zwischen ähm dem dunklen imperium und eben anderen ganz wichtigen ähm ähm zum beispiel eben auch den titan und so weiter also das ist auf jeden fall es geht zurück bis auf die ja wenn man so will bis richtung ursprung von ähm dem planeten azeros und dem titan azeros selbst das heißt wenn wir uns in nialossa befinden würden in nialota dann bekommen wir eine 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 einsicht geschenkt wenn man so will die wo w beziehungsweise das warcraft franchise in der form glaube ich so noch nie zu gesicht bekommen hat wir waren ja schon mal ins in ähm in deep home also im tiefenheim und deep home befindet sich ja unter dem malstrom jetzt ist die vermutung dass und es gibt ja auch diese verschiedenen es gibt ja ganz verschiedene hinweise schon seit jahren es gibt ja diese puzzle box von ähm von joxaron es gibt diesen hinweis dass vielleicht sich nialota zwischen dieser zwischen diesen beiden ähm eben befindet aber auch das weiß keiner keiner weiß wo nialota sich befindet und der tal jessen hat dazu eben ein video aufgenommen wo er auch meint naja er glaubt es ganz woanders und er versucht das irgendwie dann auch ein bisschen zu erläutern gerade im hinblick irgendwie auf ähm auf die möglichen ereignisse in battle for azeros ich glaube dass nialota allerdings wirklich was ist was ich nur schwierig also ich kann mir nicht vorstellen dass blizzard das wirklich so cool rüberbringen kann ich meine wir waren noch auf argus ich habe auch gedacht dass man so ein planeten wie arus auch nicht so einfach mal als patch rausbringen kann mhm trotzdem glaube ich blizzard kann vieles ich glaube aber dass nialota also für battle for azeros vielleicht zu früh kommt ähm ich glaube dass wir im letzten patch also ich weiß nicht was in 8.2 passieren wird aber ich glaube 8.2 wird letztlich den übergang zwischen dem kriegszustand im moment und ähm ja lady ashara so ein bisschen irgendwie ausmachen also das das jetzt einfach zu dieser dieser twist halt kommt der schon lange erwartet wird auf der anderen seite weiß man nicht ob blizzard vielleicht schon auf der blizzcon was anderes geplant hatte aber sich jetzt aufgrund der neuesten aber sich jetzt aufgrund der neuesten ereignisse und vielleicht auch aufgrund der unzufriedenheit der spieler für einen anderen schritt entschieden hat auch hier bringe ich gerne wieder den hinweis richtung ähm richtung wars of draenor denn da war es ja auch anders geplant der eigentliche endboss sollte der vater von garish sein nämlich grom hellscream also grommarsch er ist es aber nicht geworden weil blizzard auf einmal gemerkt hat okay das passt irgendwie nicht so wie wir uns das vorgestellt am anfang wir wollen einen anderen weg gehen und vielleicht ist diesmal ähnlich aber ich glaube dass 8.2 auf jeden fall ähm jetzt die neue story eben einleiten wird ähm ich bin gespannt inwieweit das jetzt mit ähm noch mit jayna mit sylvanas zu tun haben wird vielleicht ist es sogar die abhängigkeit dass erst das ähm bei jayna und bei sylvanas oder wie auch immer also innerhalb des kriegszustands passieren muss erst dann ist es für lady ashara und wenn man so will auch für nussos irgendwie möglich hier einzuschreiten auch das wissen wir nicht aber ich glaube dass das halt das wird vorgestellt jetzt auf der also ab morgen abend denke ich mal werden wir das zu sehen bekommen und ich glaube dass 8.3 sich dann ähm in naziatar abspielen wird ich glaube dass sie versuchen werden naziatar an die oberfläche zu holen ich glaube nicht dass das schon 8.2 passieren wird sondern ich glaube das werden sie in 8.3 machen und 8.3.5 wird dann der naziatar raid sein mit endboss lady ashara und teil dieses endbosses wird nussos sein und jetzt wollen wir mal gucken das werden sie ja bestimmt nicht verraten ob wir lady ashara denn wirklich komplett bekämpfen werden oder ob wir etwas zu gesicht bekommen was ähm uns vielleicht davon abhalten wird weil also man muss das so verstehen lady ashara ist ein charakter der der so viel größer als vieles andere ist wir können die nicht so einfach besiegen klar wir haben natürlich auch ähm andere wirklich wenn man an deathwing denkt gut auf der seite haben wir ein deathwing also toshwing nur besiegen können durch die durch die dragon soul durch die drachenseele das heißt durch dieses instrument was dann ja damals trial benutzt hat nur dadurch ist es uns das eben ist uns das gelungen ähm lady ashara ist ein sehr zwiespältiger charakter sie man kann sie als das pure böse bezeichnen man kann es aber auch so ein bisschen kann man wieder diesen diesen netten spruch wie morally grey also moralisch grau kann man hier auch wieder bringen das was sie gemacht hat war natürlich immer auf ihre eigene macht ausgelegt auf der seite hat sie sich auch immer eben als die königung als die königin verstanden die immer versucht hat die macht für ihr volk halt noch mehr anzuhäufen also je mächtiger sie ist desto mächtiger oder desto gewaltvoller gewaltsamer wird ihr eigenes volk oder so oder könnte ihr eigenes volk werden das hat sie sich zumindest glaube ich damals gedacht und das haben wir auch ganz gut in dem harbringer video zu harbringers video zu sehen bekommen denn da sieht man ja wie sie sagt wie sie sich sogar mit nussos also mit dem alten gott anlegt weil sie so von sich überzeugt ist also arroganz glaube ich trifft es nicht mal mehr es ist glaube ich schon fast ein sie ist sogar fast schon ähm so selbst verliebt dass sie sich vielleicht sogar komplett selbst überschätzt aber dieser charakter ist so interessant dass ich mir nicht vorstellen kann bei aller liebe dass man den einfach mal so zwischendurch raushaut ich glaube wenn wir gegen sie kämpfen dann erst ende des addons wirklich komplett ende des addons und das ganze wird teile von nussos irgendwie beinhalten natürlich hatte ich gehofft dass man schon vorher gegen sie kämpfen wird und das 8.2.5 passiert und dass das wiederum dann irgendwie den den eingang ausmacht für 8.3.5 wo wir dann wirklich mit nussos zu tun haben aber ich weiß nicht ob das schon ob das nicht zu früh ist ich glaube nicht dass blizzard schon so früh in diese richtung gehen möchte ich glaube sie wollen es eher anteasern aber sie wollen sich gerade zur hälfte des addons immer noch sehr auf den kampf zwischen allianz und horde beziehen und sie wollen sich dann erst mit der zeit immer mehr jetzt auf auf lady ashara beziehen und sie haben immer gesagt dass das kein alte götter video addon werden soll ob das natürlich so stimmt da war keiner von überzeugt das bin ich auch weiterhin nicht aber ich glaube dass sie jetzt erstmal auf der biscott versuchen werden den spielern also uns zu vermitteln wie es sein kann dass sich der der fokus der expansion mit der zeit ändern wird nämlich mit 8.2.5 also ne mit 8.2 und ja mit 8.2.5 dann innerhalb des raids und ich glaube halt mit 8.3 werden sie versuchen nasiata entweder in die oberfläche zu holen oder dass sie so eine art kuppel machen dass wir uns also unter wasser in so unter wasser gebieten befinden aber irgendwie dass wir die ganze zeit dass wir nicht schwimmen sondern dass wir ja so ein bisschen wie bei so wie das klingt bei star wars episode 1 mit jaja binks dass wir wirklich so unter so einer kuppel sind dass vielleicht das mehr dass wir die ganze zeit das mehr sehen aber dass wir halt uns innerhalb dieser kuppel da befinden aber ich glaube das ist extrem schwierig umzusetzen von daher glaube ich eher dass sie es ein bisschen machen werden wie mit den broken eyes dass sie sagen okay jetzt kommt der zorn von lady ashara wie auch immer das der patch heißen wird vielleicht wrath of lady ashara oder wrath of ashara oder irgendwie so also der zorn von ashara und dass dann halt irgendwie halt nasiata an die oberfläche kommen wird und das vielleicht wenn man sich hier die karte anguckt dass das genau das hat auch tal jessen gesagt das ist also nicht nur von mir die idee aber ich bin da auch schon vorher gestolpert über diesen gedanken dass nasiata genau zwischen kultiras und sandala irgendwie hier erscheint und dass also dieser konflikt sich auch innerhalb von nasiata zwischen der allianz und der horde weithin abspielen wird ich glaube einfach nicht dass sie jetzt schnipsen werden und damit ist jetzt einfach der gesamte konflikt erstmal erledigt und jetzt geht es darum dass wir die allianz und die horde zusammenarbeitet das glaube ich nicht das hat in die dumme gepasst das passt aber nicht in battle for azeroth es sei denn es kommt wirklich zu einer einer ähm einer story einem story twist der das wiederum ähm ermöglicht aber das glaube ich nicht ich glaube dass die story weiterhin sich zuspitzen wird und dass es erst in 8.3 ähm vielleicht dazu kommt dass ja dass es dann doch irgendwie wieder möglich wird dass ähm dieser kriegszustand erstmal wieder unterbrochen wird aber auch das ist halt ziemlich unsicher ich glaube wirklich dass battle for azeroth sehr sehr stark auf krieg ausgelegt ist und dass selbst wenn jetzt nasiata ähm an die oberfläche kommt selbst wenn wir lady ashara bekämpfen das heißt nicht dass dann einfach wieder alles friede freude eierkuchen ist das funktioniert auch nicht vor allem wenn man sich anschaut wie sylvanas aufgebaut worden ist und auch wie jayna aufgebaut worden ist also die beiden werden man muss ja dazu sagen 8.1.5 also im dem 8.1er raid der sich jetzt ja auf ähm dazalor bezieht also auf die hordenstadt ähm bekämpft ja die horde als endboss irgendwie ähm jayna proud nur auf dem schiff ich glaube nicht dass wir sie töten werden das kann ich mir nicht vorstellen aber es ist auf jeden fall ähm der endboss und die allianz wiederum halt den könig von sandala und ich glaube halt dass es dann trotzdem irgendwie sich weiter zuspitzen wird und genau darüber werden sie sprechen sie werden darüber sprechen inwieweit sich der konflikt weiter zuspitzt inwieweit dann aber auch so langsam irgendwie das thema ashara ähm involviert ist und dann vielleicht gibt es halt so ein wirklich so ein ganz kleinen einblick ähnlich wie damals mit argus dass man vielleicht so ein mini teaser zu entweder nia lotha oder zu nasiata bekommt oder dass man wirklich vielleicht so einen ganz ganz kleinen einblick auf also das erste mal im game vielleicht eine sauce zu sehen bekommt aber auch das kann ich mir nicht so ganz vorstellen weil argus wenn man sich erinnert auf dem discon da haben sie nur ein kleines bild gezeigt und das war ein bekanntes bild äh das war glaube ich aus den war es aus den chronicles ich glaube ja es war aus den chronicles und ähm das bild war schon seit jahren eigentlich bekannt das war jetzt einfach nur so ein so ein abbild von dem planeten an sich wie der aussieht so und ja und ich glaube mehr wird man da auch zu nicht zu gesicht bekommen weil wir das natürlich auch nicht zu viel verraten möchte also geht mal davon aus dass ich so ein bisschen recht habe sie werden 8.2 zeigen sie werden 8.2.5 zeigen vielleicht mit einem kleinen video im besten den raid zeigen und dass sie ganz am ende dass sie natürlich auch auf die story eingehen ähm und dass sie ganz am ende einen ähm ganz kurzen einblick in 8.3 gewähren werden aber eben auch nicht darüber hinaus denn das haben sie damals ähm bei legion auch nicht gemacht da haben sie ähm all das gezeigt was mit nighthold ne stimmt nicht was mit tomb of the eras zu tun hatte genau weil ähm nighthold war ja schon auch in der beta gespielt worden von daher war es hier nichts neues sie hatten halt ähm da die broken isle gezeigt dass es da zurück geht dann hatten sie gezeigt dass es klassen mounts wieder geben wird oder das erste mal klassen mounts sie haben ähm darüber gesprochen ähm dass tomb of the guards der neue raid sein wird was es mit der geschichte von tomb of the guards zu tun haben wird und so weiter und so fort ähm und ich gehe davon aus dass es auch diesmal wieder so ablaufen wird es wird auf jeden fall interessant werden denn wir als spieler wissen ja nur das was wir ein bisschen entweder selbst am ptr gesehen haben oder was innerhalb der ähm der ähm des dataminings eben rausgekommen ist und das ist auch wirklich nur ein ganz ganz kleiner teil den wir eben wissen und von daher kann das halt schon super interessant werden falls sie wirklich was cooles zu präsentieren haben das wird man halt sehen aber ich persönlich bin darauf gespannt ob sie was zu nasiatar oder zu nialotha wirklich explizit sagen werden dass wir also uns wirklich darauf ähm fokussieren können dass wir diese gebiete zu gesicht bekommen ja also viel gesagt im großen ganzen ich gehe davon aus 8.2 wird vorgestellt 8.2.5 wird ein bisschen angeteasert und dann wird vor allem auf die story eingegangen ähm es wird versucht zu erläutern warum sich der der fokus der expansion jetzt so langsam ein bisschen wandeln wird und dann wird man einen kleinen einblick in 8.3 bekommen das ist das wovon ich ausgehe und vielleicht bekommen wir ja wirklich mal ein bild zumindest ein bild von nissos zu sehen nissos ingame wie er aussieht oder zumindest teil davon ja vielleicht gibt es auch noch ein video nochmal ein harbringer video auf der seite wüsste ich nicht welches das sein sollte das müsste sich vielleicht dann ja das kann sich nicht mit eigentlich kann das nicht sein also wenn müsste das ein video sein abseits von den harbringers lasst uns überraschen das ist auf jeden fall super interessant also blizzcon wird interessant bleiben ähm nicht nur wegen diablo auch wenn da nicht so viel kommen wird was ich mir erhofft hatte sondern eben auch wegen ww ok ich bin sehr gespannt wie sich die story weiter vorantreiben wird also wie blizzard die story vorantreiben wird ich bin auch sehr gespannt was es für andere features innerhalb von bad for others noch geben wird was es für andere warfronts zum Beispiel noch geben wird und was sie mit den island expeditions noch vorhaben und vielleicht überraschen sie uns ja mit etwas womit keiner gerechnet hat das wäre auf jeden fall extrem cool ähm da können wir vielleicht von ausgehen aber auch hier sollte der hype nicht zu groß ausfallen nicht dass man sich am ende wieder so ein bisschen enttäuscht fühlt das wäre dann ja auch irgendwie ein bisschen unnötig ja ich glaube das war es dann ein langes video ein langer podcast fast eine stunde aber gut das war jetzt eigentlich waren die zwei videos wenn man es so möchte zum einen ähm bezüglich gilde und zum anderen eben ganz klar blizzcon der blizzcon podcast war eh schon angedacht ja und zu anderen spielen auf der blizzcon muss ich sagen mich interessiert das nicht mir interessiert nicht was mit overwatch ist mich interessiert nicht was mit ähm hier aus der storm oder ähm hearthstone ist von daher äh gibt es vielleicht den einen oder anderen unter euch der das der an etwas anderen stellenwert diesen spielen irgendwie zumisst ich persönlich nicht und ähm ähm von daher gehe ich auch davon aus ähm dass das was mich persönlich begeistern wird diablo hoffentlich sein wird und ähm ww und das meiste werden wir auf der opening ceremony auch zu gesicht bekommen das heißt wenn es wirklich was großes zu diablo geben wird dann werden werden wir das auf der opening ceremony sehen und dann eben im Detail dann in der, ähm, in dem Panel danach. Aber Großes zu Diablo, ich wüsste nicht mehr was. Ehrlich gesagt. Ähm, ja. Gut, ich glaube, das bleibt so. Ähm, ja. Von daher macht's gut und ja, bis zum nächsten Video und, ähm, ja, erwarte jetzt bitte keine Raid-Streams in nächster Zeit. Ah, ich wollte den gar nicht angreifen. Ah, fuck it. Egal. Ähm. Sondern, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich versuche so, so viel Interessantes wie möglich zu streamen in nächster Zeit und auch auf YouTube zu packen. Aber, ähm, ja, man wird halt sehen, was dabei rauskommt. Leider ist es so, dass Wolves noch nicht so weit ist, wie ich's mir erwartet hatte, wie ich's gehofft hatte vor allem. Sonst würde ich dafür, dazu viel mehr machen. Ähm, aber, ja, warten wir's ab. Jetzt erstmal in diesem Video ging es ja jetzt um die Gilde, um WoW an sich und eben um die BlizzCon und Diablo. Und von daher, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.